Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es heute um folgende Frage. Woher weiß ich, ob mein Konsumwunsch wirklich von mir selbst stammt? Ich präsentiere euch eine Antwort von Harry Frankfurt. Besides wanting and choosing and being moved to do this or that, men may also want to have or not to have certain desires and motives. They are capable of wanting to be different in their preferences and purposes from what they are. What I shall call second order desires. Frankfurt will uns hier sagen, Menschen, im Gegensatz zu Tieren, haben komplexe Wünsche und die unterteilen wir in first order desires, das sind die Wünsche selbst, und second order desires, das sind die Wünsche, die sich auf diese ersten Wünsche beziehen. Will ich die überhaupt haben oder hätte ich sie gerne nicht oder hätte ich gerne mehr davon? Ein Beispiel. Wir spüren in uns den Wunsch, Schokolade zu essen. Das wäre ein first order desire. Wir wünschen uns, dass dieser Wunsch nach Schokolade weniger groß oder gar nicht da ist. Das wäre ein second order desire. Ein weiteres Beispiel. Im anstrengenden Alltag belohnen wir uns abends normalerweise durch Serien schauen. Manchmal haben wir aber den Wunsch, stattdessen Sport zu machen. Das wären konfligierende first order desires. Wir spüren, wie gut uns der Sport tut und hätten diesen zweiten Wunsch gern öfter und stärker, also diesen second order desire, der sich bezieht auf die Ebene der konfligierenden first order desires. Von diesem Beispiel jetzt mal ausgehend noch ein weiterer Text von Harry Frankfurt. Man identifies himself, however, through the formation of a second order volition or a desire, with one rather with the other of his conflicting first order desires. He makes one of them more truly his own. And in so doing, he withdraws himself from the other. Make the statement that the force moving him to option one is a force other than his own. Also Frankfurt will sagen, dass wir ein Kriterium haben, wonach wir innerhalb der second order desires sehr wohl entscheiden können, welche first order desires wir eigentlich wollen und welche nicht. Dieses Kriterium ist die Identifikation mit dem Wunsch auf der ersten Ebene. Und das führt dann zu einer Unterstützung oder eben Withdraw, also einem Abziehen von einem first order desire. Und diese Identifikation hat natürlich auch was mit ethischen Fragen zu tun, aber vor allem geht es darum, wie nah ist dieser first order desire an meiner Identität. Also es geht darum, was macht mich eigentlich aus? Und darüber entscheide ich, welchen first order desire ich eigentlich will. Ein drittes Beispiel, weil wir gerade überall Werbung für diesen neuen Typ Schuhe sehen und unsere Freundinnen solche Schuhe haben, wollen wir auch diese Schuhe. Das wäre ein first order desire. Andererseits möchten wir nicht dermaßen manipulierbar sein und wollen, wenn wir demnächst neue Schuhe brauchen, ganz andere wählen. Das ist ein second order desire. Dann fragen wir uns, ob es eigentlich so toll ist, immer etwas Besonderes und anders sein zu wollen und wären hier gern verständnisvoller mit uns selbst, wenn wir eben meist dieselben Wünsche haben wie die anderen. Das wäre ein third order desire. Doch am allerliebsten wären wir ganz unabhängig davon, unsere Identität zu definieren, über eins kaufen, zwei besonders sein und drei verständnisvoll mit uns selbst sein. Am liebsten würden wir an diesem ganzen Thema nicht so hängen und wären hier gerne souverän. Ein fourth order desire. A person, sagt Frankfurt, may have desires and volitions of a higher order than the second. There is no theoretical limit to the length of the series of desires of higher and higher orders. Das ist eine sehr interessante Beobachtung von Frankfurt, dass wir an kein Ende kommen und das ist auch ein Signum unserer postmodernen Zeit. Das wäre in anderen Jahrhunderten, wäre diese Serie von sich überbietenden Desires, wäre viel schneller an ein Ende gekommen, indem es sich Konventionen oder ethischen Regeln untergeordnet hätte. A person may have desires and volitions of a higher order than the second. There is no theoretical limit to the length of the series of desires of higher and higher orders. Welchem der verschiedenen Wünsche in mir soll ich letztlich zustimmen? Was ist nur Fremdbestimmung und Manipulation? Wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Und welcher Wunsch entspricht meiner wirklichen Identität? Wenn wir in unseren Wünschen immer tiefer graben, nämlich third order, fourth order desires, stoßen wir dann eigentlich auf unser authentisches Ich. Irgendwann sozusagen kommt das Fundament und das sind dann wir selbst. Oder stoßen wir letztlich doch einfach auf kulturelle Werte. Hier in diesem Beispiel wäre das etwa der Wert, sich ganz echt und authentisch zu verhalten. Wir wollen unbedingt wir selbst sein in unseren Wünschen. Und nicht angepasst und konform. Zu diesem Wert gehört auch Autonomie, also alles selbst und verantwortlich zu bewerten und zu entscheiden. Und Authentizität und Autonomie sind die klassischen Werte der Moderne, also der Kultur, in der wir leben. Vielleicht stoßen wir also auf diese Wünsche, je tiefer wir in uns selbst graben. Zur Take-Home-Message. Wir sind in unseren Wünschen komplexer als Tiere. Harry Frankfurt unterscheidet von den First Order Desires, die wir mit den Tieren gemeinsam haben, Wünsche zweiter und höherer Ordnung, die sich jeweils darauf beziehen, ob wir Wünsche niedriger Ordnung haben möchten oder nicht. In diesem ganzen Prozess entscheiden wir über unsere Identität. Wir können Wünsche in uns als eher fremdbestimmt bezeichnen und andere als Ergebnisse unseres eigenen freien Willens und dann auch als Teil unserer Identität. Hier entsteht aber eine neue Frage. Sind denn unsere tiefsten Wünsche, mit denen wir uns also am meisten identifizieren, nicht doch einfach Ausdruck der Kultur, in der wir leben? Ist die tiefste Schicht des Individuellen letztlich also etwas Allgemeines? Hier wären das etwa die modernen westlichen Werte der Autonomie und der Authentizität. Woher weiß ich, ob mein Konsumwunsch wirklich von mir selbst stammt? Ich habe euch eine Antwort von Harry Frankfurt präsentiert und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.